Ich gelobe, immer in der Wärme deines Herzens zu leben. Ich verspreche nie zu vergessen, dass du die große Liebe meines Lebens bist. Security, ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Los, 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 los! Im Leben geht es um die Wahnsinnsmomente. Du willst dir einen Film ansehen? Nein, ich... Mit mir zusammenziehen? Ja. Und wie sie unser Leben für immer verändern. Aber was ist, wenn man sich eines Tages an nichts mehr erinnern kann? Paige, Sie sind im Krankenhaus. Sie hatten einen Autounfall. Hast du Schmerzen? Mein Kopf tut weh. Dagegen gebe ich Ihnen was. Ist noch jemand verletzt worden, Doktor? Hey, du weißt doch, wer ich bin, oder? Ja. Okay, gut. Sie sind mein Arzt. Sie erinnert sich nicht mehr an mich. Ihr Erinnerungsvermögen kommt mit der Zeit zurück. Komm mit nach Hause. Zusammen kriegen wir das hin. Ich kenne dich nicht. Ich kenne ja kaum mich. Ich muss meine Frau dazu bringen, sich nochmal in mich zu verlieben. Ich werde dich immer lieben, aber du lernst mich gerade erst kennen. Ich bin ein Fremder für dich. Ich hoffe, dass ich dich eines Tages so lieben kann, wie du mich liebst. Wie kann man die Frau, die man liebt, ansehen und sich sagen, es ist Zeit, sie zu verlassen? Ich gelobe dich zu lieben und dass wir, egal welche Herausforderung uns auseinanderbringen, immer wieder einen Weg zueinander finden. Ich Tschüss. Ich bin ein Stillnegauer. Ich bin ein Dritt, sie zu verlassen. Untertitelung des ZDF, 2020